Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxes. Wir, ich habe keine Ahnung was wir machen, wir haben als letztes das abgeschlossen mit... Ach ja doch, ich weiß es wieder. Wir wollten jetzt die Quests machen, die hier waren. Hier waren irgendwie zwei Quests und dann halt das Hauptquest war irgendwo hier. Deswegen, da wollten wir jetzt weitermachen. Und da können wir ja direkt total sexy schnell reisen. Alt. Das hier ist der Tisch von Gileam oder wie er hieß. Das heißt, das Essen, was jetzt hier liegt, hat er eher bezahlt. Er ist aufgestanden, es ist schon bezahlt, also ich kann es mitnehmen. Es ist nur recht und billig, Hexer. Dass du den Rufen der Herzrugin gefüllt bist. Keine Sorge. Hier ist die Luft so gut, dass man... So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob dieser blöde Zwerg, der mein Geld quasi geklaut hat, ob er das jetzt wieder hat. Also er hat gesagt, nach einer Woche... Nach einer Woche sollte ich wiederkommen und... Das müsste schon lange in der Woche vorbei sein. Nach einer Woche soll ich wiederkommen und dann hätte er mein Geld. Ich weiß nicht, wie viel das war. Also er hat es, glaube ich, nicht gesagt. Aber ich gehe mal davon aus, es ist ziemlich viel. Also... Es sollte... Also ich glaube, es... Also ich glaube, ernsthaft, es sind 50.000. Ich weiß nicht, wieso. Das ist halt ultra viel hier in dem Spiel. Aber ich glaube, echt, es sind 50.000. Aber es sollten minimal 10.000 sein. Also wenn es weniger als 10.000 ist, finde ich es wieder total lächerlich. Aber ich bin gespannt. Hast du einen Moment Zeit? Aber ich bin glücklich. Ich glaube mal, mein Pullover aus, die mir ist ziemlich wahr im Moment. Was denn? Hier ist dein Geld, Herr. Und ein kleines Geschenk als Dank für deine Geduld. Diese Klinge ist der Rechenmeister. Sie hat meinen Arsch schon oft gerettet. Das ist nicht der Ernst, oder? Hat er mir gerade ernsthaft 500 Kronen gegeben? 500 Kronen! 500 Kronen! Das ist überhaupt gar nichts! Oh, ey, wie kann man das denn... Ich kann ja nicht dafür, dass so programmiert wird. Wie kann man denn das programmieren? Das verstehe ich gar nicht. Wie kann man denn in so einer Quest 500 Kronen... Wie unlogisch, wie dumm das ist. Also erstens... Das muss ich jetzt auf jeden Fall aufarbeiten. Erstens, der Typ, der uns das Geld hier auf der Bank hinterlegt hatte, das war irgendwelches Geld von den Auftrag, er hat uns nicht gefunden. Das bedeutet erstmal, das muss ja relativ wenig gewesen sein, was der Typ uns geben wollte. Weil er hatte das vor Jahren auf die Bank angelegt, auf der Bank angelegt, auf unseren Namen, ein Konto gemacht, damit er halt Zinsen und sowas, ne? So, das heißt, er muss ja schon mal extrem wenig angelegt haben. Dann hat er schon gesagt gehabt, dass dieses Geld, das er angelegt hat, jetzt ein riesen Batzen Geld sein muss, weil es schon so lange angelegt ist, ne? Das ist ja schon total absurd, wenn er so wenig angelegt hat, dann gehe ich hier zu dieser blöden Bank, mache diesen Aufricht, um das Geld zu bekommen. Der Typ sagt, also er jetzt hier, Giacomo Gianfanelli, dass er das Geld gerade nicht zur Hand hat, weil er es verbraucht hat. Und es sind 500 Kronen, die er verbraucht hat. Das heißt, obwohl er der Chef von der Bank ist, ist er nicht in der Lage, 500 Kronen einfach mal so zu bezahlen. Von mir aus, aus einer privaten Tasche. Das ist überhaupt nichts, 500 Kronen. Darauf habe ich eine Woche gewartet, da musste er eine Woche, da hat eine Woche Zeit gebraucht, um 500 Kronen aufzutreiben. What? Oh mein Gott! Also das regt mich jetzt gerade auf, weil, wie gesagt, mein Gefühl hat mir irgendwie gesagt, 50.000 Kronen, okay, das wäre super viel gewesen, aber... Also minimal 10.000, ich hätte selbst 8.000 Lektar nicht gefunden, selbst 5.000. Aber alles wäre besser gewesen als 500, logisch. Oh mein Gott. Egal, dann gucken wir uns mal den Rechenmeister an. Der Rechenmeister, Stahlwaffe. Das ist wieder bloß plus 22. Das ist halt genau wie... Also da würde ich ja eher noch Gerard von Rivas Schild nehmen, weil das dreifach gesockelt ist. Aber das, 5% Chance auf Blutung, 75 Rüstungsdurchbohrung, kritischer Trefferbonus und nur einfach gesockelt ist ja auch, wie man sieht, nur eine... Ist halt auch wieder eine geile Waffe, die man ins Dings stellen könnte, also bei uns ins Anwesen. Sieht halt ganz cool aus, weil... Oh, das sieht ultra geil aus, das Schwert. Hat noch solche leichten Zacken dran und alles. Ja, okay, der Rechenmeister sieht sehr geil aus. Also vom Aussehen her ist der Rechenmeister super geil, aber es ist wieder kein Grund, dass ich ihn da nehmen könnte, weil es ist... Der ist einfach zu schwach. Was mache ich denn? Nächste Quest, nächste Quest! Nebenquest, bitte. Ja, das war's. Haben wir echt alle Schemas gefunden? Ich hab, soweit ich weiß, kein einziges Mal aktiv nach diesen Schemas gesucht, es sei denn, ich war durch Zufall gerade halt an so einem Ort und wusste, okay, hier ist das Schema. Aber ich glaube, ich hatte das, glaube ich, nie aktiviert. Also ich glaube, das war immer so, dass ich durch Zufall über die Schemas gestolpert bin. Das verstehe ich nicht so richtig. Weil... Das wäre ja, also... Okay, ich verstehe schon, wie das passiert, aber das wäre echt krass. Weil es ja eher unwahrscheinlich ist, was man das hinbekommt. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Ich habe schon etwas gefunden. Wunderbar! Ich fertige mir eine Kopie an. Das ist gut. Das bringt mir endlich den Titel des Großmeisters ein. Ich danke dir, Hexer. Das habe ich echt alle gefunden, krass. Und das ohne, dass ich aktiv danach gesucht hatte, das ist ja... Der gibt mir auch 500 Kronen. Überlegt euch das mal. Das ist ja wie eine Frau ins Gesicht. Dass der uns auch 500 Kronen gibt. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Oh Gott. So, wer weiß ich denn jetzt, was die krassen... Äh... Sachen sind, die... 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 Die ich jetzt hier gefunden habe. Bärenarmbust. Könnte ich sogar bauen, oder? Katzenarmbust und Bärenarmbust, weil... Es geht. Also... Ja. Frage ist nur... Minus 90%. Minus 95%. Die sind halt schwächer, wie es aussieht. Die haben halt noch ein paar Bunni. Aber insgesamt... Sind sie halt schwächer. Ich meine, es ist auch Level 29. Bonus für drei Teile. Ich habe... Da müsste ich halt jetzt drei Bären-Sachen oder drei Katzen-Sachen haben. Habe ich ja nicht. Ach, Bolzen kann man auch anfertigen. Vielleicht mache ich das mal. Da habe ich wenigstens ein paar coole Bolzen. Breitkopf. Der bei einem Treffen einen Bluteneffekt bewirkt. Exklusivbolzen, der beim Auflagen explodiert. Aber ich habe halt noch Bolzen. Ich benutze eh nie Bolzen. Scheiß drauf. Was mache ich denn schon wieder? Sinnlos. So, wie sieht es hier aus? Irgendwas. Ich meine, wenn ich jetzt schon die Sachen gegeben habe, dann will ich ja mindestens mal gucken, ob hier irgendwelche krassen Sachen zum Bauen sind. Oh, das ist Plus. Ist aber auch wieder ein Level zu hoch. Plus sechs Rüstung. Plus 400 Vitalität. Was ist denn das? Toussaint, Herzogswächter, Hauptmannshandschuhe. Fünf Prozent Durchsporungsschaden. Na toll, man kann hier nicht nachgucken, was man selber von der Handschuh anhat. Geil. Giftresistenz, Aufschlitzenresistenz, Relikt. Zweifach gesockelt, aber wird wahrscheinlich schon besser sein. Okay, ich könnte es ebenfalls herstellen. Krass. Leder. Achso, und kaufen kann man es auch noch. Aber brauche ich ja nicht, ich habe es ja 100.000 Mal. Moment, jetzt brauche ich es jetzt. Hä, ich habe es 48 Mal, brauche es 2 Mal? Oder habe ich es 2 Mal, brauche es 48 Mal? Wahrscheinlich nicht, weil alles überall steht 2. Also brauche ich es 2 Mal, habe es halt entsprechend oft. Das sind ja gar keine wichtigen Sachen, die man da braucht. Total einfach. Okay, aber erstmal gucken, ob es was besseres gibt. Hier haben wir noch bessere Handschuhe. Brauchen wir aber 2 weitere Level, das ist ja auch scheiße. Weil es dauert ewig bis wir, also brauchen wir 3 Levels, es dauert ewig. Guck mal, wir sind jetzt 45. Das heißt, es dauert noch ewig bis auf Level 46. Es dauert noch ewig bis auf Level 48. Brauche ich eigentlich auch schwierig anfertigen, weil es kann sein, ich fertige mir jetzt die 46er an. Und bis ich auf Level 46 gestiegen bin, finde ich bessere Handschuhe. Also das ist sinnlos. Die sind noch besser, brauchen wir aber auf Level 49. Handwerkszutaten. Angereicherte Dimiterium-Bahn kann man auch machen. Dafür braucht man ein angereichertes Dimiterium-Erz. Okay. Ach nee, Dimiterium-Bahn hatte ich ja noch. Also angereicherten Dimiterium-Bahn hatte ich ja noch nie. Nur Dimiterium-Bahn. Oh krass, dann muss der Angereicherte ja noch viel, viel wertvoller sein. Ja, die Sachen brauche ich alle nicht. Oh, aber vielleicht kann ich mir hier die Sachen anfertigen, die ich brauche. Meine verbesserte Katze fällt mir gerade ein. Muss ich direkt mal gucken, was ich da brauche. Plus 6, auch wieder Level 46. Es ist so sinnlos, dieses Bauen. Wie gesagt, ich kann mir ja nur Sachen bauen, die ein höheres Level haben oder brauchen. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich das dann noch brauche. Es ist sinnlos. Na egal, komm. Heft, wozu sollten wir ein Heft herstellen? Genau wie das so. Großmeister Katzensilberschwert ist besser, aber... Ach nee, Quatsch, Level 41 ist es gut. Sehe ich gerade. Großmeister Wolfssilberschwert. Das wäre natürlich geiler, weil Wolf bin ich ja. Aber ich glaube, diese Hexensachen, die lohnen sich halt echt erst, wenn man wirklich auf diese Hexenausrüstung geht und dann halt wenigstens drei Teile hat oder so. Sonst, aber... Ja, ist halt schon stärker, ne? Dreifach gesockelt. Aber ich würde gerne das genau vergleichen mit dem Silberschwert, was ich gerade angelegt habe. Aber die Verbesserungen, die sind ja auch schon wieder... Beim Wolfssilberschwert sind es geil. Also Zeitintensität ist rotz, Altralin-Gewinn ist okay, kritische Trefferchance ist gut, Chance auf Bluten ist gut, Bundeserfahrung bei Monstern ist gut, aber insgesamt... Ach, ich weiß auch nicht so richtig. Ach, kack. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr durchzugucken. Es ist schon wieder vorbei. Das war es schon wieder mit meiner Lust auf BD. Okay, wir bauen jetzt mal was. Aber ich gucke jetzt noch nach, was wir für... Was wir brauchen für die Katze. Äthorn, okay. Äthorn, mal gucken, ob man das herstellen kann, oder ob man das bei ihm kaufen kann. Was hast du... Äthorn, das war ein Staub. Durchstrungener Staub. War so ein bläulicher, oder? Saphir. Ah, das sind einfach nur diese Edelsteine. Na gut, dann schauen wir mal, ob man das bei ihm durch Zufall herstellen kann. Handwerkszutaten. Es ist zwar irgendein Staub, auf jeden Fall. Durchstrungener Staub brauchen wir nicht. Äther war es. Äther klingt halt so nach... Äh, nach Geist, habe ja schon mal gesagt. Okay, kann man nicht herstellen. Vielleicht ist es eher eine... ...Beduta, die man bei Kräuterkundlern bekommt. Okay, das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Und jetzt wollte ich ja... ...zum Hauptfest gehen. Das ist also jetzt schon korrekt ausgewählt. Regis. Mal gucken, ob wir halt einfach hinreiten, oder ob wir da schnell reisen. Oh, da können wir schnell reisen. Ich meine, wir können ja jetzt Spaß haben, hier nochmal nachgucken, ob der Äther hat, aber... ...Äther klingt irgendwie nicht richtig nach Kräuterkundler, wenn ich ehrlich bin. Der Zweizahn ist heuer wirklich gar nichts geworden. Ein Stammkund... Lass mal sehen. Geil, komm, schluck auf. Ja, ich sag noch, vielleicht gräbt man Äther auch bei solchen... ...Bister. ...Händlern, die so, 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 so... ...nicht die normalen Plunderhändler, Händler, sondern die, die halt so... ...von allem quasi alles haben, so gefühlt. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber ob die überhaupt einen speziellen Namen haben. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Oh, boah, ja. Ich hab aber mittlerweile auch schon viele Geistwesen besiegen, hab keine Äther bekommen, also... ...ich würde es, wie gesagt, mit Geistern in Verbindung bringen, aber kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Und es ist was ganz anderes. Oder es gibt es wo ganz anderes. Ich glaube, es ist nicht ultra wichtig, aber das eine oder andere wäre schon cool gewesen, die maximale Katze gehabt zu haben. Ich bin ja mal gespannt, wie das Hauptquest weitergeht. Hast du irgendwas falsch? Ach so. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Hm, du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Gerald. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Ganz schön nützlich, die Raben. Helfen sie dir oft? Ich versuche es mit ihnen nicht zu übertreiben. Aber sie sind zu praktisch. Diesmal wollte ich nur sicher sein, dass ich rechtzeitig eintreffe, wenn etwas schief geht. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. in einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Oh-oh. Wieso gefährlich? Du bist doch dann noch du selbst, oder? Ja. Aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Nein. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Nachdem ich dich angefallen habe. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Teshamudna, ein altes Vampir anwesend. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Teshamudna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual. Eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der Unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeiht den Vergleich. Aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Teshamudna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Und was ist mit dem Typ passiert nach 200 Jahren? Keine Zeit zu verlieren. Teshamudna, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Schlügeig. Schlügeig. Ich hatte keine Wahl. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit nach Teshamudna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf. Und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Oh oh, selbst Geralt hat gegen den, glaube ich, keine Chance. Ich will auch so ein Vampir sein, habe ich schon mal gesagt. Ich bin mal gespannt, wo dieses Teshamudna ist. Oder ist das etwa die Ruine, in der wir schon mal waren und nichts gefunden haben? Das könnte auch sein. Das kommt mir zumindest gerade ein bisschen bekannt vor. Ja, ich würde sagen, ist das, oder? War das nicht das, wo auch... Das war doch das, wo, ähm, die Anzeige für den Höhleneingang war und ich den nicht gefunden habe. Ja, das ist doch krass. Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Geh voran. Platzer, wir müssen nahe Ihrer Freistelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann. Und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Tja, jetzt weiß ich... Was zum Teufel. Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampiren. Jetzt weiß ich halt auch, warum ich damals... Eine Geopfer der Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Champion von Teshamutna. Das ist aber schlechter. Relikt. Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Setgegenstand um 1% der maximalen Vitalität. Derzeitiger Wert 0%. Das ist auch ein Setgegenstand. Krass, hätte ich nicht gedacht. Teshamutna. Rüstung. Das Töten regeneriert von jedem getragenen Getragen. Das heißt, wenn man alle 6 hat, dann wird jeder Gegner 6% Vitalität beherrschen. Das ist eigentlich gar nicht so viel, ne? Weil der Gegner muss ja auch erst mal sterben. Und die Sachen sind halt an sich auch erst mal schlechter. Von daher wüsste ich jetzt nicht, warum ich die anziehen sollte. Sieht wahrscheinlich ganz cool aus. Aber, ja, ist leider schlechter. Wir machen hier auch gleich mal einen kleinen Cut, nachdem ich die Sachen hier gelootet habe. Komm, das Leder brauchen wir doch ganz oft nochmal herstellen wollen. Oh, noch ein Buch. Menschenhaltung und Pflege. Bei der Menschenhaltung kommt es darauf an, Bedingungen zu schaffen, die auf der einen Seite das Überleben der Herde sich erstellen, auf der anderen Seite aber das Überleben nötige im Minimum nicht zu sehr übertreffen. Dabei gilt es stets zu bedenken, dass Menschen über eine hohe Intelligenz verfügen. Oder nennen wir es Schleue und Instinkte, die es ihnen erlauben, ihre Umgebung so weit wie möglich für sich zu nutzen. Äh, wo waren wir hier? Was, es ist nicht notwendig, diese Gedanken darüber zu machen, ob sie gezüchteten Menschen, die oben genannten Dinge, verfügen fahren? Okay. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es einen Denkansatz gibt, der besagt, man sollte Zuchtmenschen mehr Freiheit und Pflege zukommen lassen, was auch bessere Nahrung und eine gewisse Freizügigkeit einschließt. Angeblich sorgt das für eine höhere Konzentration nährstoffreicher Bestandteile im Blut, sodass es besser schmeckt. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Art der Haltung, weil das schwieriger ist und emotionale Bindungen erfordert, auf die wir in den folgenden Kapiteln näher eingehen werden. Ganz schön krasser Zoback auf jeden Fall, aber so eine Art Spiegel, der den Menschen vorgehalten wird, weil er sich ja genauso Tiere hält für die eigene Ernährung, Schweine, Hühner, Rinder, Hasen, alles. Und sich dabei ähnliche Gedanken macht. Und wenn halt eine übergeordnete Rasse kommt, die uns für ihre Nahrung nimmt, dann ist es irgendwie sinnvoll, dass sie sich auch solche Gedanken machen, auch wenn es irgendwie sehr makaber klingt. Aber gut, so ist das halt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxes, lasst euch nicht einfangen und züchten. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Vielen Dank.